Wiederum ein fünfjähriges Pferd, eine fünfjährige Stute, Abstand von Lagdanos, diesen so berühmten, bewährten Landos VZ-Sohn und nach Mütterlicherseits so interessant gezogen, wie man den vollbunten Heraldic, der auch für die Buschpferden mit zu den wertvollsten Vererbern überhaupt zählt. Und dann weiter über Limbrot und hier auch ein ganz, ganz bewährter Mutterstamm aus der Großmutterleiten, fünf Sportpferden mit der Folgen in der Klasse M oder Hohen und aus dem Mutterstamm weiter hinten 1992 das Olympische Parkourpferd Prestige von Piek König und der 1,60 Meter Springer mit Content Rase von Content Rase. Ladies and Gentlemen, we've been showing you to our show jumping collection. We come to the fat fuel, fat green beer by Lagdanos out of Feinhera from Heraldic-Nimbrot. She is out of a very strong net life, out of the grandmother. There are already five successful sport horses with successes appearance and out of 1,60 Meter jumper by Content Rase, out of the same. Demla, Liesel. Der interessante Grundgangartenmechaniker, auch dieses Pferd, der ist wenige Monate überhaupt in Arbeit und hat mich schon weiterentwickelt seit dem Videotermin. Beides leicht, es kann auch hier, hier. Und wir schön fleißig durch die Körper arbeiten, es ist hier dabei. Super, her. Very light footed jump jumping there. She's only been broken in for a couple of months. Has developed very nicely from the first video to me early March. And now, good scoping kind of jumping. Good scouting. Good scouting. And now, good scouting. Good scouting. And now, good scouting point of jumping. So cool, good scouting. So cool, good scouting. And now, good scouting. We're trying to run as the main nướcers. The main step in the field of the left set. Noch einmal. Sehr schöner Sprung hier, Boxer. Sehr schön, lässig weiter, Boxer. Sehr schön, Lüben, rauskommen lassen. Dann der Übergang zum Schritt. Interessant. Sehr schön, Lüben, rauskommen lassen. Dann der Übergang zum Schritt. Junge, vielleicht nicht immer super fokussend, mit großen Reaktionen. Vielen Dank. Noch einmal. Und wir warten, dass nächste Rissur fährt. Wieder fangen. Rissur fährt hier. Sollte ein ohne Wälder. Das ist ja schon ein Wälder. Das waren wir nur noch nicht. Sollte die Rissur fährt. Kinder hätte der Schritt in die Zeit nur noch immer wieder. Sollte die Rissur fährt, Vielen Dank.